Ohohohooo. Zack! Und weggesnackt. Ach! Holen einen Geisterhöhle. Wo war ne Karte? Hat's nicht irgendwo ne Karte? Ah, wir müssen... Finde den Geisterbaum. Geisterhöhle. Hm. Baum oder Höhle? Ich glaube, ich geh erstmal in die Geisterhöhle, oder? Guck mal, ich werd willkommen. Ohhhhh! Ohhhhh! Die halten schon viel aus, ey. Hm. Ich hab zu viel... Ach. Wir sind hier zwei von eben weg, ne? Na klar. Ohhhh. Zack, zack, zack. Oh, Mann. Jetzt hab ich gedacht, ich kann den cool von oben erwischen, und dann kann der auch durch dieses... ...Pilzdinge durchschießen. Oh jee. Katapam. 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 Ich weiß gar nicht, wo ich schlagen muss. Ich geh jetzt mal hier unten lang. Ach, Mann. Wieso werd ich immer getroffen? Ich bin ja richtig Kauke immer noch. Ah. Ja, gut, dass ich hier lang gegangen bin. Katerstein. Einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienen, eine Langkarte des Waldes Nibel anzufertigen. Ein Teil fehlt, wenn wir dieses Kartensteinfrags Nibel. Ach, alles klar. So schalt also Karte frei. Also, schenk mal hier so. Oder hab ich das Fragment schon? Ne. Alles klar. Ach, da liegt's. Ach, yo, Marcel. Alles. Ne, das... Ach. Oder, weiß ich nicht. Ist das falsch, ne? Oh Gott. So verwirrend alles. Haha. Tchuuu. Aber schon flinkt das kleine Ding, ne? Gib mir die Dinger. Kann ich hier drauf... Ach, das ist... Ey, jetzt komm ich nicht mehr zurück. Oh je. Oh nein. Ich muss hier runter. Au. Och, ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Oh, Mann. Oh. Wo hab ich denn das letzte Mal gespeichert? Ich speichere lieber mal. So. Wie war das jetzt nochmal drauf? Und dann... Jetzt kann ich skillen. So, was haben wir denn noch? Erhöht die Stärke? Nee. Sammeln von Objekten. Lässt die meisten Einsameln auf der Karte erscheinen. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Oh. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Eingesammelte Energie wird um... Oh, hier gibt's so coole Sachen. Was gibt's hier so? Erneute benutzen eine Seelenverbindung und er kürzt die Abkühlzeit. Hm. Er stellt Seelenverbindung und stellt... Oh, das gibt Leben, ne? Oh. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Was ist denn eine Stichflamme? Was ist denn eine Stichflamme? Das ist der Stelle in einer Seelen... Zwei... Uiuiuiui. Was hängt die oben so? Energie... Ei. Er möchte es durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche... Alter. Richtig die origelle Blick. Hm. Sollen wir nochmal Damage machen? Hm. Das mach ich jetzt erstmal. Alle schön gleichmäßig. Ist ja kein Shooter, ne? Hoffe ich zumindest. Ja, das ist nice wenn da alles drangezogen wird. Sche... Oh. Aha. Hey. War gewollt. Ratta ratta ratta. So. Platt. Gleich wieder ein Skillpunkt, ne? Uuuuh. Durch. Ich weiß gar nicht, bin ich hier richtig? Ne. Voll falsch. Alles klar. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Siehste. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er von vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Ah. Welcher Feind? Nun sind diese Stammbäume alles, was uns noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Feel, dem Geistern. Oh, das riecht nach Upgrade. Wannssprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von, ah, Steuerknüppel zu einer Wand hinbeweggen und dann wiederholts a drücken … ... und daran nach oben zu springen. Um daran, aieieiei, mein Doncchalte. Ja, gut, dass ich hier lange gelaufen bin. Zack, zack, zack. Locker, easy. Was ist das? Du hast eine Energiezelle. Ah, jetzt habe ich mehr Energie. Alles klar. Also mehr maximale Energie. Und jetzt alles zurück. Hörer Wand-Sprung. Das ist cool. Oh. Doppelsprung ist auch noch nice. Okay, wir haben bestimmt auch noch. Ich glaube, den hat man sogar bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt komme ich hier wieder zurück. Cool. Jetzt bin ich so kurz vor Level ab, ne? Oh Mann. Oh. Jetzt muss ich da rüber. Habe ich das Level ab? Alles klar. Oh. Jetzt gehe ich nochmal runter. So. Was können wir jetzt? Ermöglichst du sie erneute benutzen von Seelenverbindungen? Alles klar. Wir machen einfach alles regelmäßig und dann passt das schon. Fange ich gleich wieder mit Schaden an und dann gehe ich wieder aufs andere und wieder aufs andere und so weiter und so fort. Oh. Ah. Die Viecher sehen so komisch aus dem Hintergrund. Ah, jo. Übertreib. Muss ich den mitnehmen? Höh. Oh. Schieben. Schieben. Das sieht aus, dass ich durchlaufen kann. Ah, guck mal was ich für ein Auge gehabt. Ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Was wurde geisterlich zu deinem Hinzu? Ach, sind so wie EXP-Boosts. Jo, das war aber klein, ey. Naja, bist so wie nix, ne? Oh, jetzt sag ich nicht, ich komme da nicht hoch, weil ich... Ah, alles klar. Was ist das? Ach, mehr Energie. Alles klar. Kann ich das blockieren? Ne, ich glaube, ich werde einfach noch schnell laufen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Aaaa! Ahaha. Schneller, schneller. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird... Oh, ich bin... Oh, One-Hit. Oh nein. Oh nein, alles wieder zurück. Ach man, ey. Oh, so weit war es ja nicht, oder? Nee, jetzt kommt der komische springende Kobold. Genau, alles klar. Ah, ich kann sogar hier hinterschießen. Oh nein, ich will schon wieder sterben. Zack. Haben wir schon verstanden. Zieh! Jetzt speichere ich einfach da oben. So, speichern. Mega-Kristall benutzen. Zack, wieder voll. So, alles klar. Gas, 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 Gas. Schneller, schnell... Oh, oh, Millimeter. Ich bleib stehen. Und weiter. Mach doch! Schneller, schneller. Ich bleib stehen. Zack, abgeschafft. Hui. Hup. Oh, was ist da oben? Der will schon. Ja! Ach, so ein XP-Boost war das wieder. Anhebel. Weiter hier. Zack. Ach, du Weih. Da war ein Gegner. Oh! Ja, schön. Ewisch war cut. Oh! Och nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Zack, auf den Stein. Guck mal, souverän gemeistert jetzt. Nein! Oh, ich hätte die Fresse halt sollen. Ich glaube, so wenig Leben sehe ich gerade. Bin ganz in One-Hit. Oh je. Lauf doch. Ich sterbe, ich sterbe. Ziehen? Oh, ziehen kann er auch. Hier. Geht's bloß nicht da rein. Das Spiel macht mich fertig. So, rüber. So, XP. Jetzt mach ich's hier ein bisschen... Nicht so tricky. So, ganz locker. Zack, fertig. Hebel umziehen. Ach, da ist dieses Kartenfragment. Bring mich nicht um. Dankeschön. Ist das Leben? Ja, Leben! Ja! Und Karten. Du hast ein Kartenfragment gefunden. Bring es zu einem Krater... Kartenstein? Um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Alles klar. Wo war das noch? Hat nur eben... Och, nö. Wo war das? Ich glaube da... Ne, von da unten, da haben wir nur den Doppelsprung bekommen. Beziehungsweise den Wandsprung. Genau, das war hier hinten irgendwo. Ach, da unten, genau. Ja, alles klar. Locker. Zack, 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 zack. Und rein damit. Ach, du heilige Kacke. Aber wir laufen eh alles ab. Von daher... Ist die Karte eh, Leute. Weil wenn, dann richtig, ne? Oh! Äh, ne. Jetzt hat er... Och, Mann. Das so gewollt war? Ja, bestimmt. Ein Fragment habe ich schon, ne? Ach, ich habe schon... Was? War ich schon? Ach so, alles klar. Dann geht es hier links zum Geisterbaum. Aber ich will ja noch rechts lang. Lauf mir jetzt mal links weiter. Ne, erst mal speichern. Ich vergesse es immer. So, was ist das hier? Ui. Ui, ei lala. Ha. Nein, nein, nicht sterben. Oh, ist das stressig. Schneller. Auch schon wieder zwei Dinge. Oh, da oben ist so eine Energiezelle. Oder was das ist. So, da ist jetzt Harpie, ne? Die holen wir uns jetzt. Locker. Oh, Gott, war das groß. Nein. Hat die Habe viel gebracht, ne? Ich will da runter. Komme ich da hin? Hä? Nicht sterben, nicht sterben. Danke. Muss ich die hoch? Von mir. Nee. Och, Mann. Ist doch scheiße. Nee, ey. Mann. Dabei war ich schon oben. Das hat mir den Hals nicht voll gekriegt, ey. Zack. Nein, spring doch. Blödes Vieh. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Wieso nimmst du es nicht? Okay. Ja, locker. Ist hier was? Was ist? Diese Energietore werden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen öffnen, sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Ach so. Ich hab da jetzt zwei. Was? Eins? Vier Stück? Oh, ja. Wie soll das denn gehen? Und leben. Yay. Nee, da geh ich nicht lang. No, 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 no. Ach ja. Ich mach die Fiecher nicht, ne? Kann ich nämlich nicht töten, oder? Nee. Und speichern. Och, nö. Schieß doch jetzt. Sag mal. Hui. Wie soll ich das denn? Ach so. Oha. Was? Alles klar. Das ist noch eins. Wie viele brauchen wir denn? Huuuuh. Ja. Schlau, ich bin tot. Och. Nö. Och ja. So. Also das hier. Zack. Oh. Oh. Nee. So. Oh. Hab's. Jetzt schieß. Oh, der fliegt so langsam. Also. Besten warte ich drauf, dass der... Wobei da unten sind. Ah, erstmal das da unten holen. Dann muss ich aber wieder... Och, wieder den ganzen Weg laufen dann. Kannst du durch? Nee. Oder kann der hier hoch? Nee, ne? Doch kann er. Alles klar. Abwarten, abwarten, abwarten. Und rüber. Rüber. Nein. Och. Rüber. Och, ich bin so scheiße. Geistertor. Boah, wenn ich jetzt nicht alle gehabt hätte, ne? Oh je. Wo bin ich? Jetzt bin ich schon... Nee, ich muss nochmal zurück. So geht das nicht. Jetzt bin ich beim Baum fast, oder? Nee, ich lauf nochmal zurück. Tut mir leid, aber... Nee, nee, nee. Ich will alles mitnehmen. Tut mir leid. Nee, nee. Oh. Und hoffentlich nicht sterben. Danke. Boah, dann muss ich das gleich hier alles nochmal laufen. Oh. Nochmal laufen. Ich hätte vielleicht speichern sollen vorher. Ah. Nein. Oh, ich hab noch einen HP. Oh. 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 So. Zack. Da war Harpy, ne? Die nehm ich noch mit. Wenn der mir jetzt keine nimmt. Oh. Alles klar. Danke. Und tschüss. Tschuh. Oh. Den hab ich gar nicht gesehen. Alter. Richtig der springende Frosch. Ey. Das gibt's nicht. So. Jetzt springen wir hier hoch. Der Typ war mich fertig, ne? Kann ich da hin? Oh. Oh. Was ist das? Ah. Maximal Lebensenergie. Das war ich noch. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Lebenskraft zu steigern. Wären wir jetzt nicht zurückgelaufen... Oh. Wären wir jetzt nicht zurückgelaufen, dann... Ja. Hätten wir Lebenszellen nicht gehabt. Jo. Speichern. Was ist das? Draufschießen? Was ist das? Bin ich jetzt im... Ach, ne. Da links geht's weiter. Ach ja, ne. So ist das. Ach ja. Alles klar. Also, ich würde mal schwer sagen, ne? Ich bin umsonst zurückgelaufen, weil ich für hier, um hier weiterzukommen, den Doppelsprung brauche. Oh ja, ich bin scheiße. Ich weiß. Alles klar. Fingens haben wir die Energiezelle. Also, gibt einem das Spiel ja schon so ein bisschen die Richtung vor, auf jeden Fall. Ja. Das macht's auf jeden Fall. Ja. Mach das, ja. Zack, 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 zack. Oh, Speichern. So. Energiezelle und weiter. So. Das kann ich jetzt auswendig. Ist jetzt locker easy. Zack. Oh. Ah. Das schmeckt mir schon wieder Panik. Springt schneller, als klar. Ich hätte warten sollen. Die fliegen richtig schnell und die eben waren richtig langsam. Sondern es ist... Oi, oi, oi. Was? Ah. Warum? Bin ich jetzt da reingelaufen in den Dicken, oder was? Ich hab mir noch zwei Energiezellen, ne? Ist doch scheinbar. Speichern. Speichern. Wie oft man eine speichern kann und speichern hier, ey. Oh, je. Hier runter oder so. Und dann rechts, ne? Oder? Hä? Ach, ne? Hier war das Fragment, genau. Alles klar. Rüber. Der schießt aber schnell danach. Och, Mann. Ein Leben nur noch. Ja, ab zum Baum. Genau. Ein Leben nur noch. Oh, nein. Oh, das war das Fragment. Ja. Das war das Fragment T RM.